Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Herr des Himmels und der Erde bist. Ich danke dir, dass du der bist, der Verwandlung schenkt. Und ich bete für die Geschwister, die heute hier sind und sich danach sehnen, dich als den zu erleben, der ihr Leben von innen her verwandelt. Und ich bitte dich, dass du sie ermutigst, dass du ihr Herz festmachst bei dir, dass sie sich an dich hängen und erleben, dass du weitergehst mit ihnen. Und ich bete für die Gemeinden dieser Stadt, dass Himmel eindringt. Diese Dimension, die wir nicht machen können, die wir nicht programmieren können, die wir nicht veranstalten können, sondern die vom Himmel her zu uns kommt, wenn wir uns an dich hängen. Ich bete für die Pastoren und Gemeindeleiter hier, dass es Menschen sind, die von dir verwandelt werden und die Verwandlung des Himmels erwarten. Danke, Herr, für das, was du vorbereitet hast. Und ich möchte schließen mit einer meiner Lieblingsgeschichten, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, von einer alten Dame, die in ihrer Stadt ganz beliebt war, weil sie immer die Leute einlud zu leckerem Essen. Und jeder, der sie kannte, ging da gerne hin und dann lagen da die Dessertgabeln. Dessertgabeln. Und jeder wusste, das Beste kommt noch. Und die alte Dame, sie starb. Und alle waren betroffen, die sie liebten und dachten, jetzt ist es vorbei. Und sie gehen zur Beerdigung und der Sarg war noch offen und da lag, oh Schreck, auf ihr eine Dessertgabel. Und sie tuschelten und sagten, was ist denn das? Das ist ja peinlich. Das haben die nicht weggeräumt und so. Und der Pastor beginnt seine Predigt und sagt, liebe Gemeinde, sie waren vielleicht verwundert über die Dessertgabel. Es war der Wunsch der Verstorbenen. Sie wollte es so. Ich soll ihnen heute sagen, vergessen Sie es nicht, das Beste kommt noch. Sind wir bereit dafür, das Beste kommt noch. Aber er hat schon angefangen zu verwandeln. Amen. Applaus Nur den Sound deines Gewandes war das Rasenblick berührt. Und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spürt. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund. Und die Heilungsströme fließen und meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich. Ohne mich, Jakob, für die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand. Nimm mich an deine Hand. Nimm mich an deine Hand. Jesus, ich, Jakob, für die Tür für dich. Jesus, ich spüre dich. Ich spüre dich. Ich spüre mich aus. Nach dir berühre dich. Und mein Herz brennt von euch. Ich spüre dich. Ich spüre dich. Und deine Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens. Nur ein Stück vom Brot des Lebens. Das bin ich mit dir verbunden. Und mein Hunger wird gestellt. Nur ein Stück vom Strom des Lebens. Von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen. Ich spüre mich aus der Quelle im tiefen Meer. Jesus, berühre mich. Ohne mich, Jakob, für die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand. Und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich. Ich spüre dich. Ich spüre mich aus der Tür. Ich spüre dich. Und mein Herz brennt von euch. Und nur für dich. Ich spüre dich. Ich spüre dich. In deine Gegenwart. Ich spüre dich. 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 der Kieler Woche, Gott zusammen preisen, Predigt hören und uns vereinstimmen und dann sind wir da für die Menschen auf der Kieler Woche. Wir bieten ihnen ein offenes Ohr, wir bieten ihnen unsere Zeit, wir bieten ihnen Spaß, Kinderschminken, was auch immer und manchmal auch ein Gebet. Es sind kostenlose Angebote und sie kommen immer gut an. Ich möchte einfach ermutigen, wenn ihr die Chance habt, euch da mal ein paar Tage Zeit zu nehmen, kommt doch mit raus, wir haben Zelte da aufgebaut und was wir dieses Jahr aufgebaut haben, wir sind nämlich auch Experimental, das werdet ihr gleich hier sehen. Zwei von denen, die immer recht aktiv dabei sind, sind Karin und Ritchie und die werden uns jetzt noch ein bisschen was erzählen, wie sie es wahrgenommen haben. Ja, mich hat es begeistert, einfach zu erleben, dass doch recht viele Menschen neben dem ganzen Trubel der Kieler Woche ja sich an die Zelte der Evangelischen Allianz in Kiel ja begeben und da doch eine Zeit verweilen und auch die Angebote annehmen. Und ja, unser Anliegen war und ist, wie gesagt, einfach für die Menschen da zu sein und ihnen was Gutes zu tun. Und es gab ja in den letzten Jahren schon etliche Angebote. Jetzt mal eine kurze Auswahl vom fast obligatorischen Kinderschminken, wo die Kindergesichter verwandelt werden in Schmetterlinge, Katzengesichter und so weiter. Und oftmals stehen die Kinderschlange dafür an, dass sie da teilnehmen können. Ja, über Malen und Basteln und Puzzeln und Vorlesen. Ja, gibt es zum Beispiel auch ein Poster, was einlädt, Gott sendet eine Himmelsbotschaft. Und da konnte jeder, der wollte und Kinder und Jugendliche und Erwachsene haben daran teilgenommen, einen Dank, einen Wunsch, ein Gebet als Brief an Gott senden, einen Brief, der angeknüpft war, einen gasbefüllten Ballon, der dann in den Himmel stieg. Ja, und da habe ich eine Erinnerung an einen Jugendlichen, der zur Kieler Woche extra angereist ist nach Kiel, der auch gefragt hat, ob er auch so einen Brief an Gott schicken darf. Er hätte doch einen Wunsch.